Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachblos. Und zwar breche ich heute gleich zwei Filme übers Knie, weil ich diese Woche zweimal im Kino war. Das war zum einen Godzilla 2, King of the Monsters, da werde ich ein paar kurze Worte dazu sagen. Und dann war ich gerade vor zwei Stunden in X-Men Dark Phoenix. Und der wird ja sehr kontrovers aufgenommen und da wollte ich mir auf jeden Fall eine eigene Meinung bilden und werde euch die dann auch gleich mitteilen. Aber gehen wir erstmal zu Godzilla. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so der riesen Godzilla Fan, was so die alten Sachen angeht. Ich weiß, als Kind habe ich den einen oder anderen gesehen, die liefen ja immer wieder mal. Da habe ich immer gerne mal reingeschaut und habe die aber nie so wirklich verfolgt. Also ich bin jetzt nicht wirklich in dem Godzilla-Universum drin, dass ich jetzt auch wüsste, wie die ganzen Gegenspiele heißen und so weiter und so fort. Ich bin ja nur so Casual-Monster-Film-Zuschauer. Aber trotzdem finde ich, dass gerade der zweite Teil, also der zweite Teil dieser neuen Reboot-Reihe, von denen glaube ich 2016 der erste Teil kam, dass gerade der zweite Teil sich irgendwie auch schon genauso anfühlt wie die alten Filme, was so die Art und Weise ist, wie ich diese Filme geguckt habe. Und zwar war das halt immer der krasse Wechsel zwischen spektakulärem Monstergekloppe mit Zerstörung diverser Großstädte abgewechselt mit unfassbar langweiligen Szenen von Menschen, die in irgendwelchen Kontrollräumen sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Genau so ist nämlich der neue Film auch, nur das Ganze in größer, höher, schneller, weiter. Ja, also mir ging es genau so im Film. Die Monster-Szenen sind fantastisch. Also ich bin ja sonst kein Freund von so reinem CGI-Szenen, weil man sich da schnell satt dran guckt. Aber zumindest die optische Qualität von der Animation ist fantastisch. Also die Monsterkämpfe sehen richtig, richtig geil aus. Also allein deshalb, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch den Film überhaupt irgendwie anzugucken, würde ich tatsächlich sagen, dann geht auf jeden Fall ins Kino, weil das macht schon Laune, wenn es da rund geht auf der Leinwand und kracht und scheppert. Also die optische Qualität ist richtig, richtig gut. Ja, aber im krassen Gegensatz dazu gibt es dann halt die ganzen Szenen, wo es um die menschlichen Protagonisten geht. Und die sind halt echt austauschbar. Das ist irgendwie schade, weil es eine ziemlich gute Besetzung ist. Vor allem sieht man zum ersten Mal die kleine Millie Bobby Brown aus Stranger Things in einer anderen Rolle, also ihre erste Kinorolle. Macht sie auch gut. Also die Schauspieler machen irgendwie alle einen soliden Job, aber die Handlung, die sie da spielen, ist halt irgendwie, ja, pfff, irgendwie austauschbar. Weil im Großen und Ganzen reißen sie halt irgendwie nichts, außer die ganze Zeit zu kommentieren, was die Monster gerade machen. Und klar, es gibt dann wieder Intrigen und es gibt auch noch einen Bösewicht, weil ein Riesenmonster allein reicht ja nicht aus. Man braucht ja immer noch einen menschlichen Gegenspieler, der dann nach irgendwie dem Ganzen irgendwie noch zuarbeitet. Und ich will jetzt auch gar nicht, ja, kann man da was spoilern? Ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Bösewicht. Bla, bla, bla. Ich fand es irgendwie, naja, austauschbar. Man wartet einfach die ganze Zeit, dass man endlich wieder sieht, wie entweder Godzilla anderen Monstern aufs Maul haut oder dass wie neue Monster auftauchen und so weiter und so fort. Naja, aber irgendwie war das auch früher genau das, was ich von einem Godzilla-Film erwartet habe. Insofern könnte man als Godzilla-Fan da auf jeden Fall auch zufrieden damit sein. Es gibt auf jeden Fall, wie schon erwähnt, mehr Monster als noch im letzten Teil. Da gab es ja nur diese zwei Mutos, haben sie sie, glaube ich, genannt. Diese seltsamen, insektenartigen, was auch immer. Die fand ich im ersten Teil so ein bisschen lahm, weil die halt auch so undefinierbar so glatt aussahen irgendwie. Und jetzt haben wir halt, jetzt haben wir die Modra taucht auf. Wir haben den dreiköpfigen, wie heißt der, King Ghidorah, glaube ich, als den großen, als den Endgegner quasi. Und dann haben wir noch so ein paar andere, die immer nur so in ganz kurzen Sequenzen mal auftauchen. Die halt irgendwie irgendwo anders noch so als Offscreen-Städte zerstören dürfen. Irgendwas Spinnenartiges und so ein komisches Mammutartiges Viech. Und es gibt natürlich immer wieder mal kurze Querverweise auf King Kong, auf Kong Skull Island. Es wird auch öfter mal erwähnt, Skull Island als Ort. Es wird schon deutlich darauf hingearbeitet, dass natürlich in ein, zwei Jahren der große Kampf King Kong gegen Godzilla ansteht. Das ist ja schon eine beschlossene Sache. Da haben sie jetzt auch deutlich angeteasert. Also was Monster angeht, wird man in diesem Film deutlich mehr bedient, als noch im letzten. Und es wird auch darauf verzichtet, was mich beim ersten, also vom Godzilla von 2016, furchtbar genervt hat, war dieses ewige Anteasern von Godzilla. Also bis man den mal endlich zu sehen kriegt. Dieses, oh jetzt hier, da taucht er auf. Und, oh nein, ich schnitt. Und, oder, oh nein, an der Tür geht zu, man sieht nichts mehr. Oder keine Ahnung, das hat mich furchtbar genervt. Und in dem Film ist das nicht so. Da sieht man von der ersten Szene an, gibt es auf jeden Fall immer gleich Godzilla zu sehen. Man kommt auf seine Kosten. Ja, ansonsten habe ich gar nicht mehr so aktuell zu sagen. Ich weiß nur, man sollte ein bisschen munter sein für den Film. Also ich war furchtbar übermüdet, als ich im Kino war. Und gerade ab der Hälfte des Films, das ist kein großer Spoiler, ab der Hälfte des Films wird Godzilla einmal vermeintlich umgebracht. Also sie gehen davon aus, dass er tot ist. Also, man weiß, dass er nicht tot ist. Das ist die Hälfte des Films, also was erwartet man. Aber ab dem Punkt taucht er eben eine ganze Zeit lang nicht mehr auf. Und ab dem Punkt habe ich richtig gemerkt, wie mir so langsam die Müdigkeit wieder in die Knochen kriegt. Ich habe gedacht, oh, jetzt müssen Sie aber langsam wieder ein bisschen Action machen, sonst schlafe ich euch ein im Kino. Ging dann auch wieder, aber so ab der Hälfte hat der Film so ein paar Längen, wo ich gedacht habe, so, boah, hätte da mal ein bisschen was rausgekürzt. Und hätte dem Film, wie so manchem modernen Film, auch gut getan. Aber alles in allem, ja, guter Monsterfilm. Wer sehen will, wie sich riesige Monster zwei Stunden lang aufs Maul hauen, da ist er auf jeden Fall gut beraten mit. Und auf jeden Fall, wie gesagt, geht ins Kino. Das ist ein Film, der ist für die große Leinwand und für die großen Lautsprecher gedacht, wo es so richtig kracht und scheppert. Joa, so viel zu Godzilla. Habe ich doch schon wieder mehr geredet, als ich gedacht habe. Naja, aber dann kommen wir doch mal zum zweiten Film, und zwar X-Men Dark Phoenix. Und der hat ja schon an einem Tag nach Kinostart schon krass kontroverses Feedback ausgelöst. Also ich habe schon ganz viele Clips auf YouTube gesehen mit der Überschrift, sowas wie, ist das jetzt der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten oder der neue Tiefpunkt der Reihe und sowas. Ich habe vorhin auch auf Twitter eine kleine Schimpftirade des guten Hudemix Grüße an der Stelle gelesen, der sich über mehrere Tweets über den Film ausgekotzt hat. Und allein das hat mich jetzt dazu bewogen, auch mal meinen Senf dazu zu geben. Wobei ich sagen muss, also im Vorfeld war mein Interesse an dem Film eher so mau. Also ich gucke, also wie eigentlich alle Superheldenfilme, gucke ich auch X-Men-Filme unheimlich gern. Fand auch die ersten 1, 2 mit der neuen Besetzung eigentlich ganz cool. Also X-Men First Class und Days of Future Past fand ich ziemlich geil. Dann kam aber der letzte Film, Apocalypse, und der hat mich komplett wieder runtergeholt, weil der war, also ich fand den sterbenslangweilig und auch ziemlich, also das war für mich so einer der Tiefpunkte der Reihe. Ja, weiß auch nicht. Also danach hatte ich auch echt keinen Bock mehr auf, zumindest auf diese Art von X-Men-Film, weil der war einfach gar nichts. Und insofern hatte ich halt auch auf dem Dark-Phoenix-Film eher so, naja, ich hab gedacht, ja, ich werd ihn schon irgendwann mal gucken, aber ich wär jetzt normalerweise nicht gleich ins Kino gerannt. Und dann hab ich eine Kritik auf YouTube gesehen, und zwar hier von Cinema Strikes Back, einer meiner liebsten Filmkritikkanäle mittlerweile. Und der gute Alper hat in dieser Kritik sehr, sehr viele lobende Worte tatsächlich für den Film gefunden. Und zwar hat er hauptsächlich gelobt, dass der Film sich sehr viel Zeit für Dialoge nimmt und so ein bisschen auf die Charaktere und deren Entwicklung eingeht und weniger auf die großen Actions sehen. Und wenn man mit dieser Info im Hinterkopf ins Kino geht, dann finde ich, da hilft es auch erstaunlich, den Film mehr zu genießen, weil man eben nicht das krachige Action-Feuerwerk erwartet, sondern tatsächlich ein bisschen Interaktion zwischen den Figuren. Fand ich auch tatsächlich ganz cool. Also es gibt ein paar echt schöne zwischenmenschliche Interaktionen zwischen den einzelnen Charakteren, was ja der letzte Film zum Beispiel gar nicht hatte. Das waren ja alles blasse Abziehfiguren und der Bösewicht war, naja, reden wir nicht drüber. Insofern war das schon mal was, was in Dark Phoenix auf jeden Fall deutlicher hervorgestochen hat, also dass man ein bisschen mehr über die Figuren erfährt, zumindest über die Hauptcharaktere hier. Also Jean Grey, Professor Xavier steht im Mittelpunkt. Ein bisschen Hank McCoy, Beast, darf auch ein bisschen eine größere Rolle haben. Ein bisschen Magneto, da darf auch ein bisschen mehr. Also das fand ich schon ganz gut. Wer mir immer noch leider furchtbar egal ist, ist Jennifer Lawrence als Mystique. Die fand ich irgendwie noch nie besonders prall. Ich fand Mystique als Bösewichtin immer irgendwie cooler, wenn die so ihre Verwandlungskräfte halt für irgendwelche Infiltrationsspionage, was auch immer, Sachen einsetzt. Ich fand die als Gegenspieler eigentlich immer spannender als Mitglied der X-Men. und ihre Version davon, mir war die halt einfach ein bisschen zu brav und in dem Fall war es auch wieder so, dass Mitty halt komplett am Poppuss vorbeigeht. Dann lässt sie einmal, relativ am Anfang des Films, noch einen Satz fallen, wo es dann wieder so ein bisschen Feminismus mit dem Holzhammer gibt, wo sie dann sagt hier, warum retten eigentlich immer die Frauen die Männer? Wir sollten mal drüber nachdenken, die X-Men und X-Women umzubenennen. Fand ich seltsam den Satz, weil das halt auch so gar nichts mit dem Film zu tun hat. Und gerade sie hat in der vorherigen Rettungsmission gar nichts gemacht. Also das ausgerechnet sie dann an der Stelle so das Maul aufreißt. Naja, wieder mal so das Thema Feminismus wieder nicht sehr elegant eingebaut, wie ich finde. Und auch an der Stelle, wo es gar nicht gepasst hat. Naja, wie gesagt, Jennifer Lawrence brauche ich eigentlich nicht mehr, auch nicht in der Rolle. Also vor allem nicht in der Rolle. Ja, also ich verstehe die krasse Kritik an dem Film nicht ganz. Der ist auf gar keinen Fall perfekt. Also der hat ganz viele Sachen, die nicht ganz, also der wirkt an sich nicht ganz rund, der Film. Da hätten wir auf jeden Fall nochmal irgendwie nachbessern können. Aber dass er jetzt gleich als der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten gehandelt wird, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Für mich ist der schlechteste X-Men-Film übrigens Wolverine Wege des Kriegers. Da habe ich richtig abgekotzt. Wer das nachlesen will, ich habe da mal eine schriftliche Kritik dazu verfasst. Die kann ich gerne hier unten verlinken, wer das möchte. Aber der Film, ja mein Gott, er war jetzt bei weitem nicht perfekt, aber ich konnte ihn gut gucken. Das Problem, finde ich, was der Film hat, der hat, er hat keine Spitzen. Er hat keine Highlights und keine Lowlights. Der plätschert die ganze Zeit so im Mittelfeld. Es gibt coole Action-Szenen, die sind mal kleiner, mal größer, aber sie sind nie so krass, dass man jetzt denkt, da erinnere ich mich jetzt noch in Jahren dran, wie krass die waren. Er ist öfter mal ein bisschen kleiner, gerade das Finale findet auf relativ begrenztem Raum statt. Das ist zwar ganz nett, dass nicht, also im Vergleich zum X-Men Apocalypse zum Beispiel, wo das Finale darin besteht, dass irgendwie die ganze Welt in Schutt und Asche zerbröselt wird, was auch irgendwie so ein CGI-Massaker war, was furchtbar langweilig aussah. Insofern fand ich das Geklopper auf engem Raum eigentlich fast schon wieder besser, weil da auch jeder der Charaktere mal so ein bisschen seine Fähigkeiten auspacken kann, ohne jetzt gleich hier eine halbe Stadt in die Luft zu jagen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Comics mal wieder nicht gelesen. Ich habe also zu der ganzen Dark Phoenix Saga keinen Bezug in dem Sinne. Also es oft wird ja kritisiert, dass sowohl X-Men 3, der ja für viele als der schlechteste X-Men-Film gilt, als auch der jetzt diese Dark Phoenix Saga nicht adäquat umsetzen, weil das scheinbar auch ein riesiger Story-Arc ist, der über mehrere Hefteausgaben geht und so weiter und so fort. Und dass der einfach nie richtig eingefangen wird. Und ich finde, ohne jetzt genau zu wissen, was in den Comics passiert, finde ich schon, dass man nicht, dass nicht rüberkommt, dass das die Jean Grey beziehungsweise die Phoenix, in der sie sich dann verwandelt, dass die so krass allmächtig ist. Sowohl in X-Men 3 als auch jetzt in Dark Phoenix beschränkt sich ihre Allmächtigkeit auf Dinge zerbröseln. Schau mal, fällt den Autoren nichts Besseres ein, wie man ihre Allmächtigkeit zeigen kann, als irgendwie, sie kann halt krass Dinge und Personen und alles um sich rum zu Staub zerbröseln. Das ist ihre Allmächtigkeit. Okay, sie kann auch fliegen und sie kann irgendwie halt, sie ist unverwundbar, weiß der Geier, weiß aber so, diese Omnipotenz, die die dann ausstrahlen soll, das kommt irgendwie nicht so richtig rüber, außer dass sie dauernd irgendwie Feuer um sich rum wabern hat und so weiter und so fort. Es fehlt so diese Göttlichkeit, die die dann auf einmal haben soll. Das haben sie nicht so richtig rübergebracht, leider. Ja, das ist sowas, was die beiden X-Men-Filme, die die Phoenix-Saga behandeln, leider gemeinsam haben. Ja, Sophie Turner als Jean Grey funktioniert schon ganz gut so, die ist ja auch durchaus eine begabte Schauspielerin. Das Problem ist, man, also gerade als Game of Thrones Fan, man sieht die ganze Zeit nur Sansa Stark vor sich und nicht Jean Grey. Es mag an diesem, also sie hat ja schon diesen eisigen Blick auch immer drauf und das passt halt zu Sansa Stark wunderbar und bei Jean Grey denkt man halt schon die ganze Zeit, auch am Anfang, als er noch nicht verfönigst wurde, denkt man die ganze Zeit, warum guckt die denn so grimmig? Die Wandlung von der gutherzigen Jean Grey zur bösartigen Phoenix kommt nicht so richtig rüber, weil sie halt eben die ganze Zeit so grimmig guckt. Naja, gut, aber da weiß ich nicht, ob sie da direkt was dafür kann, aber naja, wie gesagt, man sieht eben die ganze Zeit vor den Stark vor sich. So wenigstens ging es mir so. Ja, und die anderen Figuren, es gibt ein paar der X-Men, klar, die Figuren kennt man, aber so ihre Charaktere, so wie sie in dieser Besetzung sind, die kamen halt zum Beispiel erst bei Apocalypse zum ersten Mal vor und da waren die halt total nebensächlich und jetzt auf einmal sind die schon Teil des Teams und man muss jetzt schon voll mit denen mitfiebern und das funktioniert irgendwie nicht, weil die halt nie so richtig gut in die Crew eingeführt wurden. Also die waren dann, auch wenn es immer cool ist, den Nightcrawler da rumbampfen zu sehen und seine krassen Moves und hier Storm macht Britzelgebitter und so weiter und so fort. Das ist immer schön anzusehen, aber man fiebert nicht so richtig mit den Figuren mit, weil die halt, die sind halt einfach da. Auch Cyclops kam ja im letzten Film nur so kurz vor und jetzt ist er halt, jetzt ist er halt dabei. so und ja. Was auch leider viel zu kurz kommt, sind die anderen Gegenspieler, die es ja auch noch gibt. Es geht ja nicht nur um, es geht ja nicht nur um Phönix, sondern auch um diese seltsame Alienrasse, die halt dieser Phoenix Force hinterherjagen und ihr die quasi wieder abnehmen wollen. Man erfährt gar nichts über die. Die sind einfach da. Das sind irgendwie Gestaltwandler, die kommen auf die Erde, verwandeln sich direkt in Menschen und man weiß weder, wie die heißen, man weiß nicht, wie die Rasse heißt, was die wollen genau, also dass sie die Phoenix Force wollen und so. Das sind so richtige, das sind leider total blasse Pappfiguren. Und im Falle von der Ober-Alienöse hier, gespielt von Jessica Justein, das ist ja eigentlich auch eine super Schauspielerin, nur darf sie jetzt hier eben eine Rolle spielen, die man genauso gut von einem Stück Holz hätte spielen lassen können, weil sie hat so diese typische androidenhafte, emotionslose, ja, sie ist halt einfach, ja, sie ist ein emotionsloses Abziehbild und das hättest du von jedem anderen Schauspieler auch hinten machen lassen können, weil die halt gar keine Mimik und gar keine Emotionen oder sonst irgendwas zeigt, also warum sie, naja, der ist die Schauspielerin halt so ein bisschen verschenkt. Und auch da, die hat die Rolle, ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt, man erfährt es im Film nicht, vielleicht steht es im Abspann, aber keine Ahnung, das ist jedenfalls die Alien Queen, keine Ahnung, also sie ist halt Antagonistin XY. Boah, hätte ich gern ein bisschen mehr Infos gehabt zu diesem, zu dieser Rasse, die es ja in den Comics bestimmt gibt, es gibt ja da bestimmt eine krasse Backstory dazu, aber der Film erzählt sie uns leider nicht und das ist halt so ein bisschen schade, sind halt einfach die Bösen, die werden am Schluss verkloppt und damit hat sich das ein wenig, ähm, ein bisschen, ein bisschen dünn, fand ich das. Joa, ansonsten, wie gesagt, ich verstehe das ganze Gebäsche nicht, was den Film angeht, man kann den durch, man kann den gucken, also, es ist bei weitem nicht der beste X-Men-Film, ähm, ähm, also wenn man jetzt sowas wie, äh, X-Men 2 oder Logan oder sowas daneben hält, ähm, oder Days of Future Past von mir aus, äh, da stinkt der meilenweit ab, das ist schon, das ist schon richtig, aber da geht's auch noch weit, weit drunter, also wie gesagt, äh, X-Men Apocalypse fand ich unterirdisch, lahm, Wolverine Wege des Kriegers war, war, für die Katz, ähm, ja, X-Men Origins Wolverine war auch irgendwie, naja, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, also der ist, finde ich, was die ganzen, was das X-Men Franchise angeht, ist der so irgendwo im Mittelfeld, so, bewegt sich irgendwo in der Mitte, wie gesagt, der hat keine, keine besonderen Highlights, der hat auch keine besonderen Lowlights, der plätschert so vor sich hin, insofern würde ich tatsächlich fast davon abraten, in dem Kino zu gucken, weil, ähm, das ist so ein typischer Film, den kann man mal so nebenher auf Netflix gucken, wenn, ne, dafür ist er auf jeden Fall gut genug, oder man kauft sich eine DVD, für eine DVD ist es auf jeden Fall auch in Ordnung, also, wenn er die, wenn er die daheim gucken wollt, ähm, aber ich würde mir, ich würde tatsächlich fast davon abraten, in dem Kino zu gucken, dafür ist er einfach nicht spektakulär genug, ähm, aber ich finde auch das, wie gesagt, den ganzen Hate, was es jetzt abkriegt, hat's, finde ich, auch nicht verdient, dafür ist er nicht, dafür ist er wiederum nicht schlecht genug, ja, ich würde sagen, ich habe alles gesagt, sonst, äh, drehe ich mich jetzt nur noch im Kreis, da würde ich sagen, beenden wir diese Folge, und, äh, wenn ihr schon drin wart, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Filme fandet, also, ähm, Godzilla und Dark Phoenix, ähm, können wir gerne in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, ansonsten, äh, wünsche ich euch eine, es ist jetzt, äh, Viertel nach zwölf, ich wünsche euch eine angenehme Nacht, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das guckt, drückt gerne, äh, diverse Like, Like und Share-Knöpfchen, äh, würde ich mich sehr drüber freuen, und, äh, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, schmeißt es gerne bei mir in, äh, bei Patreon in meinen Hut, davon kann ich, denn es ist ein Teil der Gebühren, die dieser Podcast kostet, um ein bisschen abzahlen, das würde mich sehr freuen, und ansonsten würde ich sagen, ähm, hören wir uns in der nächsten Folge, macht's gut!